So, willkommen zurück bei Mr. Geschmeidig und heute will ich euch mal was neues zeigen und zwar unser Kistenlager ist jetzt fertig geworden vor ungefähr einem Tag und ja da ist auch reichlich Platz, das Kistenlager hat auch noch einen Keller wo auch reichlich Platz ist und ich finde das sieht wirklich nice aus auf dieser Map und ja ich habe hier noch so ein bisschen Krong Style ja gut das Haus ist eher flach aber dafür ein bisschen breiter und ja ich finde einfach das sieht nice aus und ja ich will jetzt mit euch noch über ein Thema reden über ein kleines und zwar es gibt ja Lieblingslehrer und nicht so Lieblingslehrer Einfach Thema Lehrer Ja genau Lehrer Ja übrigens neben mir ist gerade Mr. Geschmeidig Noch eine zweite Person von Mr. Geschmeidig Ja genau und Der Borg hat einen TNT-Staff Ja genau okay Also und Also es gibt ja verschiedene Lehrer die ticken so und so und ich wollte einfach mal von euch wissen wie die Lehrer bei euch so sind schreibt mir das doch in die Kommentare und beim nächsten Let's Show werden wir da drüber einfach ein bisschen reden und gut ich hoffe euch hat das Let's Show von uns gefallen nicht vergessen zu abonnieren obwohl ich das jetzt auch schon das 5000 Stimmer sag also ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und dankeschön Ciao